Jörg, vielleicht von dir noch ein Wort, wie habt ihr euch genau vorbereitet, habt ihr Videostudie betrieben, ist ja schon ein richtig starkes Matchup, ungeschlagener Mann. Also wir wussten ja schon vor dreieinhalb Jahren, dass es der sein wird und da haben wir uns natürlich damit beschäftigt, aber das ist ja schon dreieinhalb der UN, deswegen habe ich mir dann auch nie wieder einen Kampf vor denen angeguckt, Franky hat die Vorbereitung gemacht und ich habe einfach blind vertraut und ansonsten gucke ich mir die Gegner überhaupt gar nichts an, also ich versuche immer meine Stecken aufzubauen, mich besser vorzubereiten konditionell und alles mögliche was dazugehört und bin bereit Samstag Weltmeister zu werden.